Hallo, ein kurzes Tutorial wie ihr könnt als Schüler e-Mail lernen gucken und zwar über dem iPad. In verschiedenen Möglichkeiten könnt ihr den Outlook konfigurieren, ich weiß nicht, ob die allereinfachste das direkt an den Browser zu gehen, das ist entweder Google Chrome oder Safari oder so. Dann habt ihr am besten, die geht auf office.com für euch anzuloggen an ihren Office 365. Da geht ihr auf ummelden, dann geht ihr ihren IAM an, at school.lu. Mit ihrem Passwort wird tatsächlich das, wie er ihren IAM den noch sonst benutzt. Da kommt auch bei ihrem Office, ob ihr euch seid, wenn ihr das noch weiter nicht benutzt tut, dann gefrieden ist das aufzulöten. Das könnt ihr am Schul-iPad nicht. Brauchen wir auch nur nicht direkt. Für eure E-Mail loszugucken, da geht ihr auf Outlook und am Outlook sieht ihr hier, dass ein Prof etwas geschickt hat und könnt ihr hier draufgehen und ihr seht, ihr habt den Kur geschickt, für eure OneNote zu schaffen. Wenn ihr dort draufklickt, könnt ihr das schaffen. Wenn ihr einfach eure E-Mail schicken wollt, dann gucken wir uns den nächsten Tutorial. 5. Untertitelung des ZDF, 2020